Ja, hallo zusammen, grüßt euch, Martin von Schrumpfkopf TV mit dem nächsten Trailer um kurz vor 17 Uhr am 17.02.2020. In meinem letzten Beitrag ging es ja über die Flut, über die Wahnsinnsflut von, ja, was es für Gesetze, Anordnungen, Verordnungen, Bestimmungen gibt es hier im Bund. Und ich komme jetzt ja schon langsam vor wie so ein Sendung mit der Mausersatz und heute mal ein Beitrag darüber, was es alles für Steuern gibt. Und wer das dann schauen möchte, darf das gerne tun, entweder bei Bitshoot oder VK, die es bei Wegnus TV anklicken. Wisst ihr ja, müsst ihr euch den entsprechenden Link in die Browserzeile kopieren. Ich empfehle da Bitshoot, weil da ist eine Anmeldung auf gar keinen Fall notwendig. Ich freue mich auf euch. Tschüss.